Herzlich Willkommen meine Damen und Herren. Wenn Sie den Eindruck haben, ich trage einen albernen Hut, dann haben Sie völlig recht. Das ist aber dem Anlass oder der Jahreszeit angemessen. Im alten Rom beginnt am 17. Dezember das Fest der Saturnalien. Ich habe es in der vergangenen Woche schon kurz erwähnt. Und das war ein Fest, das weniger dem heutigen Weihnachtsfest ähnelte als dem heutigen Karneval. Man tauschte die Rollen, die Sklaven wurden wie Herren behandelt, ihre Herren bedienten sie und man trug einen lustigen Hut, einen solchen Pileus. Diesen habe ich selbst gebastelt. Ich garantiere auch nicht dafür, dass er original getreu in jeder Einzelheit ist. Aber ich habe hier ein Bild gefunden. Danach denke ich, liege ich nicht so völlig falsch und darf also die heutige Stunde mit einer heiteren Note beginnen. Das Thema heute klingt vielleicht nicht ganz so heiter, klingt fast ein bisschen dröge, als gäbe es irgendetwas am römischen Recht, was dröge sein kann. Denn es geht um Formulare. Formulare sind bis heute das Kennzeichen des Prozessrechts. Ohne Formulare, ohne vorgeschriebene, vorformulierte Texte geht es nicht. Was es mit den römischen Formularen auf sich hat, warum eine der drei Prozessformen, die wir in der römischen Rechtsgeschichte nacheinander sehen, Formularprozess heißt, das ist das Thema der heutigen Stunde. Es wird Sie vielleicht verwirren, dass wir schon wieder von Formularen und Formeln sprechen. Denn wir hatten ja erst vor kurzem über den Formalismus des sogenannten Legisaktionenverfahrens gesprochen. Also schon im älteren römischen Prozessrecht, eben im Recht der Legisaktionen, spielten Formeln eine wichtige Rolle. Allerdings waren das Formeln, die die Parteien vor dem Gerichtsmagistrat zu sprechen hatten. Im Formularprozess geht es um eine Formel, die der Praetor, der Gerichtsmagistrat, den Parteien und dem Richter, den er ernennt, mitgibt. Da werden die Formeln also nicht mehr von den Parteien gesprochen. Und deswegen hat es mit diesen Formeln letztlich doch eine ziemlich andere Bewandtnis. Schauen wir uns, ehe wir an die Einzelheiten gehen, vielleicht zum Vergleich einmal an, was gleich bleibt vom Legisaktionenverfahren zum Formularprozess und was sich ändert. Das Ladungsverfahren werde ich heute nicht groß besprechen. Das bleibt im Wesentlichen so, wie es im archaischen Recht war und wie es in den zwölf Tafeln beschrieben ist. Das wird zunehmend schwierig in dem Großen Reich mit diesem Ladungsverfahren, das im Wesentlichen auf einer mündlichen Ladung des Beklagten durch den Kläger aufbaut und darauf, dass der Kläger selbst dafür zu sorgen hat, dass der Beklagte vor Gericht zu erscheinen hat. In Grundzügen bleibt es dennoch auch noch in der Späten Republik und im klassischen Recht dabei. Es bleibt, und das ist ganz wichtig, auch bei der Zweiteilung des Erkenntnisverfahrens. Also dabei, dass die Parteien zunächst zum Gerichtsmagistrat, zum Prätor kommen müssen und dann in einer zweiten Phase vor dem Richter, den der Gerichtsmagistrat ihnen gibt, wieder erscheinen müssen und dort dann das Urteil gesprochen wird. Ein wesentlicher Unterschied besteht, wie schon betont, darin, dass die Parteien nicht länger es nötig haben, ganz bestimmte exakt vorgeschriebene feierliche Formeln zu sprechen, damit das Verfahren angeht. Stattdessen können sie frei vor dem Gerichtsmagistrat ihr Anliegen vortragen und der Gerichtsmagistrat erteilt nun eine Anweisung nach einem Formular. Das heißt, er hat einen Satz, vorformulierte Anweisungen an den Richter für verschiedene Prozestypen und nach dem, was die Parteien ihm vorbringen, wählt er die passende aus und gibt sie dem Richter mit auf den Weg. Die Formel, über die wir heute sprechen, ist also die vorformulierte Anweisung, die der Prätor dem ernannten Richter mitgibt, um ihm zu sagen, wie er den Prozess zu führen hat. Damit wird es jetzt möglich, auf sehr viel vielfältigere Situationen einzugehen. Der Prätor kann prinzipiell frei solche Klageformeln erschaffen, also den Richter instruieren, wie er jeden Fall zu behandeln hat. Er ist nicht länger gebunden an das alte Legislationenverfahren mit seinen festgefügten Formeln und seinen wenigen Klageformeln. Weil es bei der Zweiteilung bleibt und weil es weiterhin einen Richter gibt, den der Gerichtsmagistrat ernennt, einen Richter, der kein Amtsträger ist, der ad hoc für diesen einen Fall ernannt ist, bleibt es natürlich auch dabei, dass der Richter die Aufgabe hat, das Urteil zu sprechen. Soweit hat sich also strukturell gar nichts verändert, nur eben die Bedeutung der Formeln hat sich völlig geändert. Statt der starren Formeln, die zunächst nur die Pontifikes, die Priester kennen, die die Parteien fehlerfrei vorzusagen haben, gibt es jetzt flexible Formeln, Formeln für alle Lebenslagen, ergänzbare, veränderbare Formeln, die der Gerichtsmagistrat dem Richter vorgibt, um das Verfahren vor dem Richter zu steuern. Was die Verstreckung angeht, die werden wir auch nur ganz kurz am Schluss berühren, ändert sich auch nicht so sehr viel. Es gibt weiterhin die Personalverstreckung. Die ist schon im archaischen Recht abgemildert worden, dadurch, dass der Verkauf in die Sklaverei abgeschafft wurde. Es bleibt aber dabei auch noch im vorklassischen Recht, also nach der archaischen Epoche, dass eine Personalverstreckung möglich ist. Auch im klassischen Recht gibt es das noch, dass Personen in Schuldknechtschaft kommen, um eine Schuld abzuarbeiten. Wir wissen nicht sehr viel darüber, deswegen habe ich das Häkchen in Klammern gesetzt. Einzelheiten über dieses Personalverstreckungsverfahren in der klassischen Zeit sind schwer zu erfahren. Die Juristen beachten das nicht viel, denn wichtiger ist jetzt die sogenannte Vermögensverstreckung. Das kennt das Legislationenverfahren noch nicht, dass man das Vermögen des Beklagten nach seiner Verurteilung verwertet, um den Kläger zu befriedigen. Das ist ja das, was wir auch heute tun, dass der Gerichtsvollzieher dem Vollstreckungsschuldner Vermögensgegenstände wegnimmt und sie verwertet, damit der Kläger zu seinem Geld kommt. Soweit also dieser ganz grobe Überblick über das, was es notwendig macht, den Formularprozess als eine neue Form zu unterscheiden. Das ist im Wesentlichen die neue Form des Verfahrens, die der Prätor verfolgt, der Gerichtsmagistat verfolgt, wenn er einen Richter einsetzt und die Bedeutung der Formeln bleibt. Es gibt immer noch wichtige Formeln und Formulare, aber an einer anderen Stelle und mit einer anderen Rolle im Verfahren. Wir haben es also zu tun mit einem neuen und flexibleren Verfahren. Schauen wir zunächst mal, wie es dazu kam. Das hat offenbar zu tun damit, dass ein neues Amt in der Römischen Republik geschaffen wurde. Das haben wir kurz berührt, als wir über die verschiedenen Ämter gesprochen haben. Es gab ja zunächst Experimente mit dem Führungsamt, also verschiedene Gestaltungen des Führungsamts. Wahrscheinlich war Prätor mal der Titel für den Oberbeamten, Prätor Maximus. Aber später gab es dann zwei Konsulen und seit 367 vor Christus zusätzlich einen Prätor als nicht mehr Vorgesetzten, sondern nachrangigen Beamten als Stellvertreter der Konsulen, der vor allem die Aufgabe hatte, in der Stadt die Ordnung aufrecht zu erhalten, wenn die Konsulen als Heerführer außerhalb der Stadt tätig waren. Deshalb Prätor Urbanus. Im Jahr 242 vor Christus, wir sind dann schon in der fortgeschrittenen, entwickelten Republik, wird nun nach den Berichten eine zweite Prätor eingeführt, also eine zweite Stelle für einen Prätor. Künftig werden jedes Jahr zwei Prätoren gewählt und der zweite hat den Titel Prätor Peregrinus, Prätor für die Fremden oder auch die Fremde. Seine Aufgabe war wahrscheinlich auch die, als weiterer Kommandeur zur Verfügung zu stehen, der eben Truppen führen kann aufgrund seines Imperium. Sie erinnern sich, diese besondere Amtsbefugnis der Oberbeamten. Aber zu seinen Aufgaben wurde aufgezählt, Prozesse zu führen, also als Gerichtsrat zu agieren, als Gerichtsmagistrat in Fällen, an denen nicht nur römische Bürger beteiligt sind, die also entweder zwischen zwei Nichtbürgern stattfinden oder zwischen einem Bürger und einem Nichtbürger. Dass überhaupt Fremde Rechtsschutz vor Roms Gerichten suchen, ist wahrscheinlich um diese Zeit neu. Wir befinden uns in der Zeit, wo Rom langsam zu einer großen Macht wird. Erinnern Sie sich an die Karte vielleicht über die Entwicklung Roms im dritten Jahrhundert, die ich gezeigt habe. Als wir über die Verfassungsentwicklung in der Republik gesprochen haben, Rom wird langsam eine Großmacht. Das bedeutet auch, es kommen Fremde in die Stadt. Rom herrscht auch über Fremde. Es hat nämlich im dritten Jahrhundert schon Provinzen und in diesen Provinzen leben Untertanen der Römer, die aber nicht das römische Bürgerrecht erhalten. Es kommt also aus verschiedenen Gründen nun häufiger vor, dass Nichtbürger vor den römischen Gerichten erscheinen. Wahrscheinlich entwickelt sich hier ein neues Verfahren, denn das alte Legislationenverfahren ist für Fremde unverständlich und ist ihnen auch nach römischer Auffassung nicht zugänglich. Sie dürfen sich da nicht beteiligen. Deswegen wird also eine neue Verfahrensform entwickelt wohl, die eben viel Ähnlichkeit hat mit dem Legislationenverfahren, aber freier gestaltet ist. Wahrscheinlich war es der fremden Präter, der zuerst für solche Fälle eine Lösung gesucht hat und sie gefunden hat, indem er eben dem Richter sagt, wir haben nun einen Fall, wo die Legislationen nicht passen. Ich sage dir, was du zu tun hast. Und das tut er eben mit Hilfe einer Formel. Weil nun der Präter freihändig dem Richter Anweisungen gibt und es nicht mehr darauf ankommt, dass die Parteien vorher bekannte feierliche Worte gesprochen haben, um eine bestimmte Legisactio ins Werk zu setzen, können sie auch nicht mehr durch ein falsches Wort den Prozess verlieren. Der Wort Formalismus, man sagt was falsch ist, alles ist vorbei, der ist zu Ende. Zugleich ist der Einfluss des Prätors auf das Verfahren sehr gestiegen. Bisher konnte er ja nur prüfen, ob überhaupt ein Fall vorliegt, in dem er eine Klage gewähren kann und eben prüfen, ob die richtigen feierlichen Worte in der richtigen Weise gesprochen wurden. Jetzt kann er neues Recht schaffen, indem er neue Klageformen schafft und er kann den Präter, er kann den Richter sehr genau steuern mit dem, was er sagt. Wir wissen auch zum Beispiel aus den Gerichtsreden von Cicero, dass es durchaus den Vorwurf gab, der Gerichtsherr missbraucht seine Macht. Er hat eine Klageformel gegeben, die so ungewöhnlich ist, die es bisher nicht gab und die unfair ist. Also es gab für den Präter die Möglichkeit, auf die Verfahren Einfluss zu nehmen durch diese Anweisungen, die er dem Richter mitgab. Es gab natürlich auch die Möglichkeit, flexibel zu reagieren. Das konnte ja bislang der Präter nicht oder auch der Richter nicht, weil beide gebunden waren an die strengen Formen der zwölf Tafeln. Und wir haben ja schon gesehen, das gelang schon nur in der Weise, dass man Fiktionen hinnahm, dass man beispielsweise sagte, als Bäume zählen wir auch Weinreben. Sie erinnern sich an diesen Fall, wenn man sich beklagen wollte über abgeschnittene Äste, gab es eine bestimmte Klage. In der Klageformel musste aufgrund der gesetzlichen Regelung gesagt werden, dass einem Baumzweige abgeschnitten worden sein. Wenn es in Wirklichkeit Rebzweige sind, muss man es trotzdem so sagen, sonst funktioniert es nicht. All das ist jetzt also über Bord geworfen. Das neue Verfahren ist dadurch wesentlich flexibler, auch deswegen, weil der Präter nun eine Sammlung von Mustertexten entwickelt und zwar nach einem Baukastenprinzip. Das sind also nicht fertige Formeln für einen Prozess, sondern Teilstücke, die man zusammensetzen kann für den jeweils passenden Prozess aus verschiedenen Teilen, teils zugunsten des Klägers, teils zugunsten des Beklagten. Darauf kommen wir nachher noch zurück. Schauen wir uns ein paar Beispiele an für solche Klageformeln. Woher kennen wir die? Wir kennen sie aus den Äußerungen der römischen Juristen und zwar vor allem aus ihren Kommentaren zum Edikt des Präters. Damit hat es folgendes auf sich. Ich habe das in der Vorlesung über die verschiedenen Rechtsschichten des römischen Rechts im Sommersemester ausführlich erklärt. Jeder neue Präter erlässt zu Beginn seiner Amtszeit ein Edikt, in dem er schreibt, so und so will ich mein Amt führen. Darin sind seine Mustertexte enthalten, also vor allem Musterklageformeln für verschiedene Lebenslagen und eben auch Einschalttexte zugunsten des Beklagten, die im Einzelfall diese Klageformeln variieren können. Den Mechanismus schauen wir uns gleich noch näher an. Das konnte jeder Präter zunächst so gestalten, wie er wollte, aber es liegt ja nahe, wenn man in sein Amt neu hereinkommt, sich nicht auskennt, übernimmt man erst bei den Text des Vorgängers, zumindest zu großen Teilen. Und das ist auch geschehen. Es wurde also dieser Ediktstext langsam ein Text, der von Präter zu Präter weitergereicht wurde und sich nur noch minimal veränderte. Und in der Kaiserzeit hatte der Kaiser wohl auch ein Problem mit der Macht des Prätors über die Verfahren, die darin lag, dass er eben Klageformeln nach Belieben schaffen konnte und ankündigen konnte. Und deswegen wurde im Jahr 130 nach Christus dieser Ediktstext, der schon stark sich verfestigt hatte, von einem berühmten Juristen nochmal redigiert und dann für Dauer festgelegt. Danach konnte also nicht mehr jeder Präter sein eigenes Edikt festlegen, sondern es gab das Edikt des Prätors, das ein für alle mal festlag. Dieser Text wurde dann wie ein Gesetzestext von den Juristen kommentiert. In so einem Kommentar kommen immer wieder Zitate vor. Deswegen wissen wir relativ genau, wie dieses Edikt aussah und wie die Formeln aussah, die darin enthalten waren, die Mustertexte, die Formulare. Dass wir das im Einzelnen rekonstruieren können, verdanken wir vor allem einem berühmten, gelehrten Otto Lennl. Ich habe ihn hier abgebildet, der eben diese Rekonstruktion aus den vielen Hinweisen und Indizien in den Quellen geschafft hat. Bei den Beispielen, die jetzt kommen, habe ich immer dran geschrieben, wo Sie das bei Lennl finden. Natürlich stehen dahinter auch römische Quellen, diese rekonstruierten Texte beruhen auf Originalaussagen der römischen Juristen, aber Sie finden bei Lennl eben übersichtlich, warum der Text eine bestimmte Gestalt hat, warum das glaubwürdig ist, was in den Quellen steht, warum er nicht anders heißen kann und so weiter. Das habe ich diesmal als Nachweis im Arbeitsblatt und auch auf den Folgen dazu beschrieben. Also wenn wir jetzt Quellen, uns Beispiele für Klageformeln des Formularprozesses anschauen, dann entnehme ich das aus Lennl. Das heißt auch aus diesem Text, wie er wohl 130 nach Christus geheißen hat. Wir schauen uns ja jetzt eigentlich noch die Entwicklung an in der Republik, wo dieses Verfahren erst langsam aufkommt. Natürlich ist nicht gewährleistet, dass alle Klageformeln von vornherein exakt so waren, wie sie später im Edictus Bretus standen. Erstes Beispiel ist die Klageformel für die Reivindicatio. Das ist einerseits, wie hier steht, die Nachfahrin der Legis Actio Sacramento in Rem, also der Legis Actio zum Zweck der Herausgabe einer Sache. Zum anderen ist das der Vorfahr unseres Paragrafen 985 BGB. Und ich habe hier schon darauf hingewiesen, eine Besonderheit besteht in der sogenannten Restitutionsklausel. Das ist der Teil, der hier rot gedruckt ist. Schauen wir uns das Ganze an. Das ist also das, was der Präter dem Richter mitgibt, wenn vor ihm Parteien erscheinen, die über das Eigentum an einer Sache streiten. Dann sagt er dem Richter, wenn es sich erweist, heißt, dass die Sache, um die es geht, nach dem Recht der Quiriten, also nach dem hergebrachten römischen Recht, Eigentum des Aulus Agerius ist. Aulus Agerius ist der Blankettenname, der in diesen Mustertexten immer steht, für den Kläger. Steckt aggere Klagen drin und Aulus Reich. Man könnte also sagen, das ist Croesus Kläger, wenn man das ins Deutsch analog wiedergeben wollte. Also, wenn die Sache, um die es geht, nach dem Recht der Quiriten Eigentum des Klägers Aulus Agerius ist und diese Sache nicht gemäß der Anschätzung des Richters im Aulus Agerius zurückgegeben werden wird, das ist die Restitutionsklausel, dann Richter verurteilt den Numerius Negidius zugunsten des Aulus Agerius zum Wert dieser Sache. Wir sehen hier zunächst mal eben charakteristisch für den Formularprozess. Der Rechtsstreit wird jetzt direkt ausgetragen. Das ist sehr viel klarer als das, was wir über diesen Mechanismus der Legis Actio Sacramento in Rem kennengelernt haben. Die Dinge werden beim Namen genannt und es wird dem Richter in relativ einfachen Worten gesagt, was er zu tun hat. Er hat zu prüfen, ob die Sache dem Kläger gehört und dann zu verurteilen. Die Verurteilung, auch das ist charakteristisch für den Formularprozess im Ganzen, geht immer auf einen Geldbetrag. Es geht ja grundsätzlich der sogenannten Condemnatio Pecuniaria, der Geldverurteilung. Also, am Ende steht immer ein Geldbetrag, egal was eigentlich gefordert wird. Hier verlangt ja der Kläger die Herausgabe einer bestimmten Sache. Trotzdem steht am Ende die Verurteilung zum Wert der Sache. Das ist eine Eigenart des römischen Rechts und hat letztlich seinen Grund darin, dass auch nur Geldforderungen mit den Mitteln der damaligen Zeit verstreckt werden konnten. Man hatte schlicht nicht die juristischen Mechanismen, um die Herausgabe einer Sache in Natur zu erzwingen. Allerdings haben wir einen Schritt in diese Richtung, gerade mit dieser sogenannten Restitutionsklasse, die ich eben schon erwähnt hatte. Also das, was hier in rot gedruckt ist. Also der Richter soll nur dann verurteilen, wenn die Sache dem Kläger gehört und wenn sie nach seiner Einschätzung nicht an den Kläger zurückgegeben worden ist. In diesem nach seiner Einschätzung steckt ein Beurteilungsschwier-Rahmen. Er kann also zum Beispiel sagen, eine Sache, die beschädigt zurückgegeben wird, die ist nicht wirklich zurückgegeben worden, deswegen zählt das nicht. Also, wenn die Sache ordnungsgemäß nach Einschätzung des Richters zurückgegeben wurde, unterbleibt die Verurteilung. Im Verfahren lief das so ab, dass der Richter zunächst prüfte, ob die Grundvoraussetzung vorliegt, dass die umstrittene Sache Eigentum des Klägers ist. War das der Fall, dann erließ er einen sogenannten Zwischenbescheid. Er sagte also dem Beklagten, hör mal, Lumerius Negidius, Beklagter, Lumerius Negidius, der Verneiner ist der Plakettname für den Beklagten, das wird nichts mehr, die Sache gehört dem Kläger, du wirst verlieren. Dann hatte der Beklagte die Chance, die Sache jetzt noch dem Kläger zu übergeben und damit der Verurteilung zu entgehen. Tut er das nicht, dann wird der Beklagte verurteilt und zwar auf einen Geldbetrag und das Besondere ist nun, dass dieser Geldbetrag beschätzt werden durfte vom Kläger und der Richter dieser Schätzung prinzipiell folgte. Damit ist also ein zusätzliches Druckmittel gegeben für den Beklagten, die Sache doch lieber herauszugeben, also dem Kläger sein Eigentum zurück zu verschaffen, den Gegenstand, sei es eine bewegliche Sache, ein Sklave oder ein wertvoller Schmuck oder auch eine unbewegliche Sache, ein Grundstück, in Natur dem Kläger zurückzugeben, statt sich auf diese Verurteilung auf Wertersatz einzulassen, wo er letztlich dem Urteil des blütenden Klägers ausgeliefert ist. Also wir sehen hier, letztlich wird der Rechtsschutz gewährt, den es auch schon unter den Legislationen gab. Der Eigentümer kann sein Eigentum zurückfordern, aber er wird jetzt gewährt in einer klareren Weise und mit einem ingenüsen Mechanismus, der hier einen gewissen Ausgleich dafür schafft, dass die Verurteilung immer auf einen Geldbetrag geht, nie auf eine andere Leistung als Geld bezahlen. Mein zweites Beispiel für Innovationen, die einhergehen mit diesem neuen Klageverfahren, sind die Klagen aus formlos geschlossenen Verträgen. Auch das habe ich eingehend erklärt in den Videos des Sommersemesters Trau, Schau, Wem zum römischen Vertragsrecht. Hier nur so viel, es ist für eine archaische Rechtsordnung alles andere als selbstverständlich, dass formlose Vereinbarungen irgendeine Bedeutung haben. Normalerweise verlangt man in frühen Rechtsordnungen feierliche Rituale, damit etwas rechtsverbindlich wird. Und noch heute ist das ja so die Vorstellung der juristischen Laien, alles muss feierlich besiedelt, beurkundet werden, dann hat es Rechtsbedeutung, sonst nicht. Aber Sie wissen aus dem deutschen Jurastudium, dass das im deutschen Zivilrecht so nicht ist. Formlose Verträge führen zu Ansprüchen der Parteien gegeneinander. Dieses Prinzip hatten schon die Römer, dass man durch bloße, übereinstimmende Willenserklärungen in beliebiger Form, konkludent, stillschweigend, schriftlich, mündlich, durch Zeichensprache einen Vertrag schließen kann, der dann verbindlich ist und für beide Seiten Ansprüche hervorbringt. Im archaischen Recht gab es das noch nicht. Es ist eine Innovation, die wohl mit dem Formularprozess einhergeht, dass man jetzt sagt, bestimmte Verträge, nicht alle wie heute, aber bestimmte Verträge, die in der Praxis eine große Rolle spielen, die können formlos beschlossen werden und wenn eben nachgewiesen wird, dass man sich formlos geeinigt wird, dann müssen diese Verträge erfüllt werden. Die Verträge, um die es sich handelt, die habe ich hier aufgelistet und Sie sehen gleich, das sind die Standardverträge, die Grundvertragstypen, die auch im BGB noch eine prominente Rolle spielen. Das waren die Verträge, die für die Römer so wichtig waren, dass sie gesagt haben, Verträge, die diesem Muster genügen, die also sich als Kaufvertrag, Dienstvertrag, Werkvertrag und so weiter darstellen, die lassen wir formlos gelten. Andere Vereinbarungen, die nicht in dieser Auflistung stehen, da muss irgendein Ritual oder irgendein zusätzliches Element hinzutreten, damit der Vertrag verbindlich wird. Warum nun lässt man formlose Vereinbarungen gelten? Vermutlich war für die Römer zentral der Gedanke von Treu und Glauben, bona fides, lateinisch gute Treue eigentlich. Warum nehmen wir das an? Weil das in den Klageformeln immer auftaucht. Ich habe Ihnen hier als Beispiel die Kaufklage genannt, es gilt aber genauso beim Werkvertrag und in anderen Fällen. Im Hinblick darauf, dass Aulus Agerius von Numerius Negidius einen Sklaven gekauft hat, worum es in diesem Verfahren geht. Was immer Numerius Negidius deshalb nach Treu und Glauben dem Aulus Agerius geben oder für ihn tun soll, dazu Richter verurteile den Numerius Negidius zugunsten des Aulus Agerius. Also hier wird gesagt, wenn mal nachgewiesen ist, dass ein Kaufvertrag besteht, zum Beispiel über einen Sklaven, das ist hier das Standardbeispiel, dann soll der Richter zu allem verurteilen, was nach Treu und Glauben deswegen geschuldet ist. Hier erscheint Treu und Glauben also nicht als Grundlage dafür, dass der Vertrag überhaupt verbindlich wird, sondern als Maß oder als leitender Maßstab, nachdem der Richter seine Beurteilung ausüben soll, was genau aus dem Vertrag geschuldet ist. Diese beiden Punkte hängen aber wahrscheinlich zusammen. Das heißt, man vermutet, dass der erste Gedanke der war, es ist eine Frage des Anstands, der guten Treue zum gegebenen Wort, dass man einen formlos beschlossenen Vertrag auch einhält. Und in einem zweiten Schritt hat man dann gesagt, wenn Verträge verbindlich sind, weil sie noch Treu und Glauben, weil Treu und Glauben das gebieten, dann liegt es nahe, Treu und Glauben auch zum Maßstab der Verbindlichkeit zu machen, also zum Maßstab dessen, was dann im Einzelnen geschuldet ist. Schauen wir nochmal zurück auf die Klageformel der Aktion Enti. Wir sehen also, Treu und Glauben bilden den Maßstab für die Beurteilung durch den Richter, was genau aus dem Vertrag geschuldet ist. Und damit haben wir nicht nur ein Indiz dafür, dass Treu und Glauben auch die Grundlage dafür waren, dass überhaupt diese Verträge wirksam sind, sondern außerdem können wir konstatieren, dass dies eine ausgesprochen vage Anweisung an den Richter ist. Im Wesentlichen bleibt es dem Richter selbst überlassen, was er daraus macht. Was er also genau als nach Treu und Glauben geschuldet ansieht, das ist im Wesentlichen seine Sache. Er muss auslegen, was mit diesem unbestimmten Rechtsbegriff Treu und Glauben gemeint ist. Und das kann je nach Situation sehr unterschiedlich sein, denn das kann zunächst mal die geschuldete Primärleistung sein. Also wenn Aulus Agerius von Numerius Negidius einen Sklaven gekauft hat, wird er zunächst bei Klagen auf Überlassung dieses Sklaven. Es könnte aber auch zum Beispiel sein, dass ein Schadensersatz für eine Verzögerung der Leistung, also ein Verzugsschadensersatz nach Treu und Glauben dem Richter als geschuldet erscheinen lässt. Also vieles, was wir im allgemeinen Schuldrecht wegen Leistungsstörungen an Sonderregeln haben, können die Römer einfach in diese Klausel hineininterpretieren. Solche Klageformeln, die einen unbestimmten Rechtsbegriff enthalten, den der Richter selber auslegen muss, wo also letztlich der Präter dem Richter weitgehend freie Hand lässt, nennt man auch Formula in Us Concepta, also eine auf das Recht bezogene Klageformel, weil eben letztlich auf einen unbestimmten Rechtsbegriff verwiesen wird, den der Richter selbst auslegen muss. Dem gegenüberstehen die sogenannten Formulae in Factum Concepta, also auf den Sachverhalt bezogenes Sklaven. Ich habe Ihnen hier ein Beispiel gegeben, eine Klage wegen Verwahrung. Es gibt von dieser Klage wegen Verwahrung zwei. Es gibt auch noch eine, die so ähnlich sich liest wie die Formel bei der Actio Empty, also eine mit einem in Us konzipierten Text. Diese ist auf den Sachverhalt bezogen insofern, als sie keine unbestimmten Rechtsbegriffe enthält. Wenn es sich erweist, dass Aulus Algirius bei Numerius Negidius einen silbernen Tisch in Verwahrung gegeben hat und dieser aufgrund der Artlist des Numerius Negidius nicht zurückgegeben wurde, Richter verurteile den Numerius Negidius zugunsten des Aulus Algirius auf so viel, zu so viel Geld, wie diese Sache wert sein wird. Sie sehen hier gibt es kaum unbestimmte Rechtsbegriffe, allenfalls der Begriff Artlist ist Auslesungslegungsbedürfnis. Ansonsten sind das alles Alltagsbegriffe, unter die der Richter ohne weiteres subsummieren kann. Deswegen ist sein Spielraum hier viel geringer. Das nennt man eben eine auf den Sachverhalt bezogene in Faktum Concepter Klage. Werfen wir noch einen Blick auf einen letzten Fall. Ein letztes Beispiel, das ist die sogenannte Kondiktio oder Kondiktion. Das Wort kennen Sie aus dem deutschen Bereicherungsrecht. Für uns ist das der Ausdruck für die Ansprüche der 812 folgende. Sie erinnern sich, dass wir darüber schon gesprochen haben beim Legisaktionenverfahren. Da habe ich erwähnt, die Legisaktio per Kondiktionem ist eigentlich eine Darlehensklage, bei der dem Beklagten 30 Tage Zeit gegeben wird, bevor das Verfahren fortgeht, doch noch zu bezahlen. Das ist eigentlich der Sinn des Ausdrucks Kondiktio. Kondiktio bedeutet also Terminansage. Der Ausdruck ist haften geblieben. Es gibt auch eine Klage, die weiterhin unter anderem dem Zweck dient, Darlehen zurückzufordern, die sich jetzt Kondiktio nennt. Aber diese Klage hat wenig noch zu tun mit der alten Klage. Das Einzige, was sie übernommen hat, ist das, dass hier kein Klagegrund genannt wird. Sie erinnern sich, bei den Legisaktionen musste in der Regel gesagt werden, aus welchem Grund eine Schuld gefordert wird. Musste man also irgendeinen Grund angeben, zum Beispiel wegen Darlehens. Bei der Kondiktio, der Legisaktio per Kondiktionem, war das nicht so. Da musste kein Klagegrund genannt werden in den Formeln, die die Parteien selber sprechen. Und das wird nun übernommen, interessanterweise für die Kondiktio im Formularprozess, entgegen der sonst üblichen Verfahrensweise, dem Richter eine mehr oder weniger präzise Marschroute mitzugeben. Bleibt der Praetor hier eigentlich tautologisch. Wenn es sich erweist, dass Numerius Negidius dem Aulus Agerius 10.000 Sesterzen schuldet, dann Richter verurteilt den Numerius Negidius zugunsten des Aulus Agerius der Zahlung von 10.000 Sesterzen. Dies ist also der Extremfall einer in use konzipierten Klage, denn es bleibt völlig dem Richter überlassen, worin er nun den Grund für diese Schuld findet. Man könnte sagen, wenn man eine solche Klageformel hat, braucht man eigentlich keine andere mehr. Da kann man ja alles reinpacken. Überraschenderweise oder vielleicht bewundern ist das nicht geschehen. Die Römer haben diese Klageformel nicht für jeden Zweck eingesetzt, sondern für einen bestimmten geschlossenen Kreis von Zwecken, für die es keine andere Klageformel gab. Da haben sie Gebrauch gemacht von dieser Flexibilität. Sie haben das aber so verstanden, dass eine Beschränkung auf anerkannte Schuldgründe da drinsteckt, dass man also nicht jeden beliebigen Fall darunter subsumieren kann. Und ein Fall, für den man diese Klage nutzbar gemacht hat, ist der Fall der ungerechtfertigten Bereicherung. Für die Römer war das rechtlich sehr ähnlich der Darlehensvergabe. Die Römer haben sich das so vorgestellt. Beim Darlehen gebe ich einen Geldbetrag und vereinbare mit dem Nehmer, mit dem Empfänger, dass er den nicht auf Dauer behalten darf, sondern irgendwann zurückgeben muss. Ich vereinbare also gewissermaßen, es gibt keinen Rechtsgrund, diese Sache auf Dauer zu behalten. Bei der ungerechtfertigten Bereicherung gebe ich auch etwas einem Empfänger und ohne mein Wollen ergibt sich, dass es keinen Rechtsgrund gibt, keine Rechtfertigung, dass er das auf Dauer behalten soll. Darin haben die Römer eine hinreichende Ähnlichkeit gesehen, diese Klage zu verwenden. Die ist also flexibel, weil sie keinen besonderen Anlass für die Schuld nennt, aber sie wird nicht zum Allheilmittel oder zur Klage, die alle anderen auffrisst. Sie behält einen bestimmten begrenzten Anwendungsbereich. Soviel zum Thema der Klageformeln. Ich hatte schon gesagt, das Ganze ist ein Baukastenprinzip. Diese Klageformeln zeigen zunächst mal gewissermaßen den Standpunkt des Klägers. Sie enthalten mehr oder weniger klar, warum der Kläger vom Beklagten etwas fordert und geben dem Richter aufzuprüfen, ob das berechtigt ist. Auf eine solche Klage kann man sich als Beklagter prinzipiell damals und heute auf zweierlei Weise verteidigen. Man kann nämlich erstens den Klagegrund oder die Anspruchsgrundlage leugnen. Man kann also sagen, irgendein Element der Anspruchsgrundlage ist in Wahrheit nicht gegeben. Irgendetwas, was für den Erfolg der Klage nötig ist, stimmt nicht. Zum Beispiel, du, lieber Kläger, bist gar nicht Eigentümer, kannst deswegen im römischen Recht keine Reivindicatio oder im deutschen Recht keinen Anspruch aus 985 BGB gelten machen. Du bist nicht Eigentümer. Ich bestreite einen Teil der Anspruchsgrundlage. Das nennt man Klageleugnen. Die zweite Möglichkeit, sich zu verteidigen, besteht darin, dass man sagt, alles, was da behauptet wird, stimmt. Aber es gibt ein paar zusätzliche Tatsachen, die die Sache in einem anderen Licht erscheinen lassen und wegen derer ich doch nicht so einfach verurteilt werden sollte. Modernes Beispiel dafür wäre, dass ich sage, ja, das stimmt, ich habe ein Grundstück im Besitz, das gehört mir nicht. Ich habe aber im guten Glauben Aufwendungen gemacht. Ich habe dieses Grundstück besser gemacht. Ich habe zum Beispiel Bauschutt abräumen lassen, weil ich da bauen wollte, weil ich dachte, das Grundstück gehört mir. Diese Aufwendung muss mir der Kläger ersetzen, wenn er das Grundstück mit und wegnimmt. Das wäre im deutschen Recht die Einrede nach § 1000 BGB. Und das funktionierte so auch schon im römischen Recht, aber nicht ohne weiteres. Denn wenn wir nur die Klageformel, wie wir sie bislang kennengelernt haben, als Grundlage für den Richter haben, dann hat er keine Möglichkeit, wenn er einfach die Klageformel abarbeitet, solche zusätzlichen Tatsachen unterzubringen. Also wenn er mit der Reivindicatio konfrontiert ist, dann fragt er nur, ist der Kläger Eigentümer? Die Frage, hat der Beklagte vielleicht Aufwendungen gemacht, die man ihm fairerweise ersetzen müsste? Kommt in der Klageformel nicht vor? Wenn er also stur nach der Klageformel verfährt, hat das keinen Raum? Dafür war Sorge getragen, indem im Edikt des Praetors nicht nur Klageformelmuster vorgesehen waren, sondern auch sogenannte Exceptionis, Ausnahmen oder Einreden, also Formelbestandteile, die der Beklagte in die Klage einbauen lassen kann, in die Anweisung an den Richter, um im Einzelfall solche Einwendungen zu berücksichtigen. Im konkreten Fall gab es da noch keine spezielle Regelung wie den § 1000 BGB. Es gab nur die sogenannte Einrede der Artlist. Die soll erfunden haben der berühmte Jurist Aquilius Gallus, einer der spätklassischen Juristen, die ich ihn genannt habe, als wir über die römische Rechtswissenschaft und ihrer Entstehung gesprochen haben. Der soll diesen Zusatz der Formel erfunden haben, genau wie auch eine Klage wegen arglistiger Schädigung. Diese Arc exceptio ist also eine Ausnahme, weil sie als Ausnahmeklausel in die Klageformel eingefügt wird. Sie sehen also hier nochmal die Klageformel der Reivindicatio, aber nun zusätzlich mit dieser Arglist-Klausel. Wenn in dieser Angelegenheit keine arglistige Handlung des Aulus Agerius erfolgt ist oder noch erfolgt, soll also heißen, wenn sich der Aulus Agerius selber arglistig, heute sagt man auch gerne treuwidrig verhält, wenn er also selber sich nicht fair verhält, dann scheitert seine Klage unter Umständen. Und ein solcher Fall, wo die Römer gesagt hätten, der Kläger verhält sich nicht fair, wäre der, dass jemand sein Eigentum herausverlangt von einem gutgläubigen Besitzer, von jemandem, der dachte, die Sache gehört mir und deswegen Aufwendungen gemacht hat, beispielsweise ein Grundstück verbessert hat, gedüngt hat oder dort gesät hat oder eben Schutt hat abräumen lassen und nicht bereit ist, der Kläger dem Beklagten dafür Ersatz zu leisten. Dann konnte der Beklagte sagen, solange mir diese Aufwendungen nicht ersetzt werden, verweiger ich die Herausgabe, denn man hätte gesagt, indem der Kläger sich so verhält, verhält er sich arglistig, also nicht so, wie es anständigem Gebaren entspricht. So hatte man hier also eine vielseitige Ausnahmeklausel, mit der alle möglichen Verteidigungsgründe in die Klage eingeführt werden konnten. Das ist der Vorläufer dessen, was wir heute eine Einrede im materiellen Sinne oder auch eine Einwendung nennen. Statt die Tatsachen, die in der Anspruchsgrundlage genannt sind, die Tatbeständselemente der Anspruchsgrundlage zu leugnen, führe ich weitere Tatsachen in den Streit ein, die das Ganze in einem anderen Licht erscheinen lassen oder die Anlass geben, eben die Klage abzuweisen. Alle weiteren Charakteristika des Formularprozesses können wir hier nicht ansprechen. Ich möchte nur ganz kurz Ihnen noch einen Überblick geben, wie das Verfahren im Ganzen abläuft. Im Wesentlichen ahnen Sie das schon, weil es die meisten Elemente auch im modernen Recht gibt und schon bei den Legislationen gab. Es gibt also zunächst mal die Ladung, nach wie vor ein mündliches Ladungsverfahren durch den Kläger, dann die Verhandlung vor dem Gerichtsmagistrat, der Punkt, an dem der Gerichtsmagistrat die Formel erteilt und den Richter ernennt. Das ist letztlich der Moment, in dem die Klage erst richtig losgeht. Das nennen die Römer litis contestatio, Streitbezeugung. Das ist der Moment, den man heute als Rechtshängigkeit der Klage ansieht und an den sich verschiedene Rechtsfolgen knüpfen. Beispielsweise laufen von da an die Prozesszinsen im modernen Recht. So etwas gibt es auch schon bei den Römern. Deswegen ist das ein wichtiger Moment, der eben diesen schönen Namen hat, litis contestatio. Der zweite Teil des Erkenntnisverfahrens, also des Verfahrens der Urteilsfindung, findet dann vor dem Richter, Apodjudicam statt. Da wird Beweis erhoben und der Richter spricht dann schließlich sein Urteil. Daran schließt sich nach wie vor kein reguläres Rechtsmittelverfahren an. Das entwickelt sich im Formularprozess noch nicht. Es gibt allerdings fallweise die Möglichkeit, einen höheren Magistrat oder den Volksdämon anzurufen, um sich zu verwahren gegen das, was der Präter als Gerichtsmagistrat entschieden hat. Das ist eine der Wurzeln des späteren Appellationsverfahrens. Ansonsten schließt sich an die Vollstreckung und die geschieht eben normalerweise jetzt als Vermögensvollstreckung in der Weise, aber dass das gesamte Vermögen des Schuldners für alle seine Gläubiger verwertet wird. Wir haben also nicht das, was wir heute Einzelzwangsvollstreckung nennen. Ich habe ein Urteil erstritten. Der Beklagte schuldet mir 100 Euro. Ich verstrecke bei ihm in Höhe von 100 Euro. Sondern wenn es in Rom jemand so weit kommen ließ, dass ein Urteil nicht freiwillig erfüllt wird, sondern verstreckt werden muss, dann hat man angenommen, das ist ein Bankrotteur. Da müssen alle Gläubiger sehen, wo sie bleiben. Und deswegen kam es zu dem, was man später den Concursus Kreditorum genannt hat. Das Zusammenlaufen aller Gläubiger. Also alle Gläubiger melden ihre Forderungen an. Und das gesamte Vermögen des Schuldners wird dann bei einer sogenannten Venditio Bonorum, einem Vermögensverkauf zugunsten aller Gläubiger verwertet. Also wenn einer die Verschreckung betreibt, vernichtet er damit letztlich die wirtschaftliche Existenz des Schuldners und alle Gläubiger werden aus den Resten befriedigt. Das ist natürlich zugleich ein starkes Durchdruckmittel, freiwillig zu erfüllen. Nochmal, daneben ist auch immer noch der Zugriff auf die Person des Schuldners und die Schuldknechtschaft möglich, wird aber von den Juristen weit weniger intensiv behandelt. Das soll zum Formularverfahren genügen. Es gäbe noch sehr viel Mehrzapf zuzusagen. Sie können gerne das Video der Kampf ums Recht aus dem Sommersemester sich dazu ansehen. In der nächsten Woche geht es um das Erbrecht in der Späten Republik, also in der vorklassischen Epoche und damit unter anderem um den Gesichtspunkt der Testierfreiheit und die Frage, was das möglicherweise mit der kriegerischen Expansionspolitik der Römer zu tun hat. Für heute vielen Dank.